Hertha BSC Berlin Verkaufen Thomas Kraft Verkaufen René Gestein Verkaufen Peter Bakirik Verkaufen Berth Stahlberg Zwei Jahre Ausleihen Julian Albrecht Zwei Jahre Ausleihen Lars Zwei Jahre Ausleihen Zwei Jahre Ausleihen Zwei Jahre Ausleihen Verkaufen Zwei Jahre Ausleihen Verkaufen Fiat Elfevik Trainer Alexander Nori Zwei Jahre Ausleihen Zwei Jahre Ausleihen Zwei Jahre Ausleihen Zwei Jahre Ausleihen Max Ich hatte eine Brunnen Das war's von Hertha BSC Berlin 12 Uhr 10